Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 120. Folge des Command & Conquer 3 Tiberian Sun Displays bzw. zur 28. Folge des jeweiligen Addons, in dem Fall Feuerstorm, wo ich ja gesagt habe, dass ich diese Folge jetzt hier mal wieder anfangen möchte anzugreifen und das werden wir auch tun. Ich brauche noch einen Disruptor gleich, nicht Disruptor, eine mobile Sensoreinheit, die ich mit an die Front nehme und... Neben diesem Punkt werden wir jetzt gleich weiter hier am Meer aufbauen und schauen, dass wir das hier geregelt kriegen. So, das ist erstmal alles, was jetzt zu 1 gehört. Ne, du nicht. Komm, wer du halt mal kurz trifft. Ihr werdet zu 1 und fahrt... Ähm... Da hin. Und wir bauen jetzt auch gleichzeitig noch nebenbei, ähm... Wieder am Meer auf, sobald der hier fertig ist. Hoffe aber, dass ich zumindest den hier links, den NPC, so weit platt bekomme, dass er sich nicht mehr vernünftig... Dass er keine weiteren Atomangriffe, Raketenangriffe mehr auf mich schießen kann. Das Wort habe ich gesucht, so die 3 fährt da hin. So, und jetzt sammeln wir uns erstmal. Wird einen Augenblick dauern, das kennt ihr ja schon. Hier unten stellen wir die nächste Armee wieder hin. Ähm, und ja, alles... Alles zu seiner Zeit, ne... Und alles... Einheit bereit. Von alleine gehen. Komm. Einheit verloren. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder eine Einheit verloren? Hier unten? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Okay. Dann, äh... Hier da drauf. Da drauf. Ihr werdet die 3 und greift mal den an. So, Verteidigung läuft. Ist nicht gut, aber sie läuft. So, der Tower ist gerettet. Passt. Hier muss ich jetzt einmal gucken. Haben wir easy. Dann könnt ihr euch wieder da sammeln. Ihr könnt euch wieder dort sammeln. Das Ding muss bitte vollständig repariert werden. Der... Was machst du? Die 5. Der wartet. Okay. So, die Reparatur läuft. Dann können wir das hier wieder starten. So. Jetzt. Einmal speichern. Und dann machen wir hier Go. Da drauf. Einheit bereit. Du bekommst die 3. Eigentlich ist die 3 scheiße. Egal. Wir kriegen direkt wieder von allen Seiten hier Angriffe. Ich kann das jetzt nicht verhindern. Wir müssen jetzt mit ein paar Verlusten hier einfach Go machen. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Wir stehen halt leider jetzt unter Artilleriebeschuss. Einheit bereit. So, da drauf. Einheit verloren. Du fährst, äh, da hin. Einheit verloren. Brauchst dich gleich auf. Und jetzt haben wir, das Schlimmste haben wir weg. Das da weg. Einheit bereit. Da drauf. So. Den würde ich am liebsten noch weiter reinstellen. Da hin. Da hin. Warte ich mal da erstmal auf. Dann sehen wir schon mal was. Ja. Ihr seht schon, das reicht noch nicht. Dann fahren wir mit denen mal da hin. Während wir hier uns weiter in der Basis erstmal an den Einheiten platt und wippen. Erstmal die Einheiten beballern, die schon direkt zu sehen sind. Die Einheit verloren. Fähr da weg. Da hinten drauf. Da drauf zuerst. Du kannst dich langsam mal aufbauen. Komm, bau dich auf. Da. Danke. Da drauf. So. Das Gebäude muss weg. Und das da. Geht gleich los. Das machen wir hier eins nach dem anderen. Erstmal kommt noch der Openisk weg. Danach das weg. Dann der. Und danach das getarnte Ding. Alles ein bisschen nervig gerade, aber wir kriegen das hin. Und das da weg. Ja gut, dann greif mich halt an. Das ist mir egal. So. Schützpunkt vollständig aufgedeckt. Ähm. Schwebepanzer fünf Stück. Jetzt machen wir hier einfach die Basis platt erstmal. Dann fahr ich nach hier unten. Die fünf ignoriere ich jetzt, die hier wegfahren. Ignorieren in Anführungsstrichen. Aber was soll ich jetzt großartig dagegen tun? Ich könnte sie mit meinen Luftdingern angreifen. Äh. Vier. Da drauf, dass er was zu tun hat. Ihr macht hier weiter. Einheit bereit. Einheit bereit. Hier stehen schon wieder fünf Stück. Von daher, das müsste eigentlich jetzt alles ausgehen. Dass ich zumindest von hier unten am Wald keine Angriffe mehr erwarte. Ich kriege nochmal eine Rakete ab, die ich zu spät gehört habe. Einheit bereit. Passiert. Nicht schlimm. Ähm. Ihr da drauf. Da drauf. Einheit bereit. Ihr bekommt mal STRG 3. Ja, 3 ist nicht so gut. Egal. Und geht mal hier helfen. Einheit bereit. Ach ja. Da drauf. Einheit verloren. So. Passt. Jetzt kann ich mich hier weiter drum kümmern. Unnötig. Unnötig. Aber ich kenne es ja mittlerweile. Bin ich das kaputt? Ich habe keine Ahnung. Probieren wir uns mal. Wo lauft ihr lang? Also dafür, dass ich das da angeklickt habe, lauft ihr einfach mal völlig falsch. Ihr könnt das da angreifen. Habt ihr was zu tun? Wir haben die hier oben versuchen, Platz zu kriegen. So. Das da weg. Und ich würde jetzt auch vorschlagen, dass ich jetzt hier links hier rüber laufe über diese Brücke und gucke, was da ist. Einfach um zu wissen, ob das was Wichtiges ist oder nicht. Wir haben hier einen Schäppepanzer verloren, deswegen produziere ich den nach. Danach kommen direkt wieder Bärwölfe. Ich meine, wir haben zwar jetzt nur noch diese dicken Dinger hier, aber scheiß drauf. Ähm. Wenn wir es platt bekommen, ist alles cool. Und wenn nicht, geht die Welt auch nicht unter. Einmal speichern. Es war ein guter Angriff. Er hat nicht alle Probleme gelöst, aber es war ein so guter Angriff, dass ich sagen kann, ich gucke weiter. Okay, hier komme ich nicht rüber. Wenn ich jetzt da hinklicke, was läuft? Ihr lauft da lang. Dann brauche ich mehr Schwebepanzer. Hier komme ich nicht rüber. Glaube ich. Die Brücke kann ich von dieser Seite aus nicht aufbauen. Oh. Noch was Unsichtbares. Dann kommen wir mit hier. Wir suchen. Eigentlich suche ich das Gebäude, was unsichtbar macht. Das werde ich vermutlich, aber wie immer so ohne weiteres nichts zu sehen bekommen. Wollte ich einfach aufkommen. Da ist es. Aber das hier noch platt. Was wir weg haben, haben wir weg. Äh, Wehrwürfe? Wird gebaut. So, dann gehen wir mit denen mal gucken. Der hat zwar nicht mehr viel. Ihr sammelt euch da. Und mit denen gehen wir mal asynchron gucken, was hier unten ist. Ob wir nach hier unten kommen irgendwie oder nicht. Oder, oder oder, weil der kriegt keinen Schaden von diesem Untergrund. Im, im Worst Case habe ich gleich andere Probleme. Ach, das Spiel. Es lässt mich aber auch nicht in Ruhe, ne? unterirdische Einheit entdeckt. Erledigt. Unterirdische Einheit entdeckt. Einheit bereit, Sir? Unterirdische Einheit entdeckt. Einheit bereit. Also die zwei werden so dahin. Unterirdische Einheit entdeckt. Ja, ihr? Und go. Hier werdet die drei. Einheit bereit. Unterirdische Einheit entdeckt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, ich weiß das. Einheit verloren. Sir? Du brauchst denn hier eigentlich alles Reparatur? Egal, komm, dann einmal alles anklicken. Hier unten nicht. Ähm, getan. wird gebaut. So, du berätst mir, komm ich hier hoch? Wenn ja, wie? Was ist da? Hier ist noch mal eine Basis. Hier könnte man dann kommt man hier hoch? Hier kommt man hoch. Okay. Das heißt, folgender Plan. Ähm. Einheit bereit. Können wir nicht bauen. Ich dachte, ich habe ein Fahrzeug, wo ich Einheiten reinsetzen kann. Habe ich aber nicht. Okay. Gut. Dann, ähm, 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 sammelt ihr euch mal dort. Perfekt, dann kann der mir gleich verraten, wie man hier hinkommt. Hier unten sehen wir ja schon, dass hier noch mehr Stützpunkt ist. Was ja alles kein Thema ist. Wir müssen nur gucken, wie ich da hinkomme, ohne dass ich alle meine Einheiten verliere, weil sie über diesen komischen Untergrund laufen. Ich hätte jetzt eigentlich als ersten Gedankengang gehabt, dass wir einen Mannschaftstransporter bauen, in dem ich die Einheiten reinsetze. aber, den bekomme ich wohl nicht. Ähm, gut, da geht es nicht lang, dann gehst du nach hier oben gucken. Ja, schön. Ähm, du fährst da hin, ihr fahrt da hin, ihr bewegt euch dorthin. Also, ich suche einen Weg nach hier unten, ganz konkret. Einheit bereit. Ähm, der mir momentan fehlt. Das war aber unschöner Damage. Es brennt auch noch. Passt zwar, aber das war unschön. Schiffepanzer. So. Du, hier an der Kante erkunden. Wie soll ich denn nach da drüben kommen? Musst du das ernsthaft mit Schwebepanzern machen? Ja, Ja, Sir. Also. Jetzt nur am Rande. Ähm, es ist überhaupt kein Problem, diese Brücke aufzubauen, hier ist das zum Aufbauen, ne? Da muss ein Ingenieur rein. Ein Ingenieur zu basteln, wäre kein Thema. Wir haben aber keine, oh gut, dann bauen wir mal eine, die DI-Caserne, die DI-Caserne, wo wir dann einen Ingenieur bauen können. Aber, was nützt mir dieser Ingenieur, wenn ich diesen nirgendwo unterbringen kann. Okay. Ähm, dahin. Ich bin jetzt irgendwo rein. Weiter. Ingenieur, so einen brauche ich. Ah, ein Vieh mit dem BMC, da ist er doch. Wir kriegen es geregelt, alles klar. Perfekt. Gut, dann nochmal ein Basisturm. Wird gebaut. Einheit bereit. Ähm, ihr sammelt euch vor der Brücke. Einheit bereit. So, wir warten jetzt auf den Amphibium-BMT, der kommt gleich. Hier stellen wir nochmal den Basisturm erneut hin, äh, dort. Mit Luftabwehr. Ihr lauft wieder dahin. Du fährst dorthin. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Ja. Ja, Sir. Ja, Sir. Einheit bereit. Sir. Dann gehörst du dahin. Ähm, Luftabwehr da drauf. Und deaktivieren sie mit dem Sicherheitscode die Verteidigungsanlagen. Diesen Arbeit. So, mit dem BMC werde ich einfach hier unten hinfahren, werde ich hier übers Wasser fahren und werde dann hier die Brücke fix aufbauen. Das ist so quasi, ähm, das sollte einer meiner leichteren Übungen werden. So, äh, als nächstes, woher machen wir denn als nächstes, ähm, Wehrwürfe? Ich hab keine Ahnung. So, du da rein. Und ich auf den Weg machen, fährste dahin. das ist die sechs. Ihr könnt eigentlich mit eins mit dazukommen. Dann steht ihr schon mal alle hier. Solange ihr nicht hier drüber latscht, ist mir das alles egal. mal. Dann ist es zwar alles etwas, etwas kompliziert und nervig gerade, aber wir kriegen das geregelt. Das läuft schon. Das hätte alles jetzt hier wesentlich schlimmer laufen können. Ich hab's zum Glück noch relativ gut gecheckt. Wie war das? Er spielt schon zu lange das Spiel. Eigentlich hab ich mich jetzt hier nicht unbedingt mit Loreband bekleckert. Ich mein, ich hab jetzt nicht absolut scheiße gespielt, aber zu behaupten, dass ich hier mal easy peasy einfach durchgespielt hab, das wäre hier jetzt auch etwas over the top. Ähm... Gut, bauen wir als nächstes hier wieder Titan. Und den muss ich jetzt mal ein bisschen genauer steuern, da muss ich aufpassen, dass der nicht aussehen jetzt hier unten reinfährt. Ist kein Riesenakt, ich muss halt nur ein bisschen aufpassen. und ich muss gleich mal gucken, ob ich das jetzt wirklich erobern soll oder ob ich es kaputt machen soll. Ansonsten kann ich gleich den zweiten Ingenieur basteln. Ja komm, lass dir nicht allzu viel Zeit aussteigen. Du kannst das erobern? Könnte er, gut. Dann bauen wir meinen nächsten Ingenieur schon auf Verdacht. Ingenieur. So, Brücke ist fertig, auf geht's nach hier drüben. Du fährst auch mit da hin und du fährst zurück in die Basis da hin und wir gehen erstmal in die nächste Folge. Wie, da fährt falsch. Wir fährst dahin, wir gehen erstmal in die nächste Folge und gucken, wie es dann hier aussieht. Wir kriegen das aber alles hin hier unten zumindest das Ding noch. Es sieht ja jetzt ganz gut aus. Wir haben den Anfang langsam hinbekommen und ja, schauen wir weiter. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lass doch einen Daumen nach oben nach oben. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich über den Scheiß und sagen wir zum Schluss. Tschüss.